Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Bevor wir jetzt starten, möchte ich euch das mal mitteilen. Das, ja, ich glaube, ich mache nicht mehr viele Splays von The Binding of Isaac wegen kein Schwein von euch, guckt euch, guckt sich das an. Ja, also die meisten Videos davon haben maximal, ja, das erste hat 40 Aufrufe, aber das war's jetzt schon, der Rest hat nur 13 bis 20 Aufrufe und das macht eigentlich keinen Sinn mehr, das weiterzumachen, aber ich mache das weiter. Ja, vielleicht drei, vier Folgen noch und dann war's das auch. Random, nein, Select. Ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt an. Heute mit einem Gast, der hinter mir sitzt, der Golf. Hallo Golf. Okay, machen wir jetzt weiter. Oh, jetzt habe ich aber Angst, diese Zombies sind da, Mama. Boom. Boom, 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 boom. Mensch, Scheiß auf den Kaputt machen. Oh ja, ich stehe darauf, Scheiß auf den Kaputt zu machen. Sag mal Hallo, Golf. Hallo. Oh, wie so ein schüchternes Kind, Alter. da kommt geld aus der scheiße ich habe ein bisschen leise da regt mich gerade aber ich frage mich das spiel ab 16 freigegeben ist ich meine so brutal ist ja auch nicht herzen ich krieg immer herzen dann wenn ich ihn nicht brauche so eine scheiße ganz ehrlich diese spinne kann ich mal so was oder marschlecken die wir sowas von auf dem sack alter der kleine aggressionsprobleme hier oh ich bin pinnmama ich bin ein wurm schlecht 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 als wenn das ding nicht schon langsam genug wäre war scheiße das ding ist mir schon zu langsam halt deine schnauze sind nur sondern dass der der typ da ist der leck mich ab spieler spiel noch mal ach ja eine goldene truhe können wir nicht aufmachen da habe ich kein schlüssel haben das spiel aufregt das regt mich so auf feuer ausmachen feuer ausmachen ganz ehrlich diese beschissenen spinnen direkt vor der tür hier stehen jetzt kommen diese aggressiven zombies mit adhs ja ich habe eher adhs aber der arzt hat es noch nicht bestätigt also oh du bist explodiert jetzt habe ich aber angst ohne bombe du bist explodiert jetzt habe ich aber angst ich glaube es hat an der tür geklingelt bis gleich ja meine homies und willkommen zurück ähm ja es hat gerade mal wieder an der tür geklingelt weil ich nicht ungestört diese mist drehen kann also das regt immer so auf oma mars wieder springende spinnen oh wie sind spinnen wir finden uns cool da wir springen können läuft bei uns würde ich mal sagen au jetzt kommen diese spinnen nicht aus der ecke raus ja weißt du ganz ehrlich man kann nur leben verlieren wenn das das ist richtig geil aber ich bin kurz vorm abkratzen und da bringt das nicht viel okay gehen wir mal in den nächsten raum wenn ich einen schlüssel hätte aber nein ich habe keinen schlüssel braucht hat man keinen aber wenn man keine schlüssel braucht hat man tausend von den dingern wir kommen um aber nicht die jubbern 1 genau so schlimm wie die jubelfleis rau 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 re Пока den weiteren Mama ich fühle mich ganz kurde Oich-Buckus spüllen weil ich eine schlechte ernährung habe schlecht nein eigentlich nicht schlecht ich bin sowas von bar stehen egal ich muss so nicht so schnell bewegen können wie heißt in die flash stirb weido stirb weido stirb weido stirb weido stirb weido stirb weido ich hab noch ein halbes leben ich glaube das schaffe ich nicht ich bin so ein noob in dem spiel so ein noob so ein noob aber die letzten hoffen sind immer weiter gekommen das muss man mir schon lassen wie kann man spinnen husten rauchst du etwa spinnmeier oder was jetzt habe ich wirklich angst barmjunge 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 ja schlecht zum nächsten mal sagen tnt boom ja natürlich sprengt das tnt nicht ein zombie naja ist klar ist klar natürlich das fehlt auch so leicht eine bombe suchen wir den goldraum ich komme sowieso nicht so weit und zeit zum aufnehmen habe ich auch nicht gerade viel also das nächste mal aber wirklich die kommen mir nicht raus weil die so inkompetent sind doch der eine hat gemerkt dass ich hier stehe holz hat sogar beide mehr ich glaube das ist ein applaus wert diese spinne ist auch zu kompetent rauszukommen ich bin eine spinne mama ich fühle mich und schlüssel und scheiße auf dem kaputt machen wir jetzt weiter isaac röses slot wo wenn ihr moment mal das ding hatte ich doch schon mal oder nicht du bist scheiße slot die sterben deine mutter ist hässlich slot du bist scheiße das ist richtig scheiße alter sie darf so ein ding mitten im level da sein ich verstehe es ich verstehe es echt nicht oh god komm bring deine Viecher um die du selbst wirklich das geht ein ganzes leben ab das ist eine scheiße ich würde mal sagen das war es für die heutige Niveau volle Anführungszeichen folge und bis zum nächsten mal ciao